So, willkommen bei Wer weiß wie es geht. Heute möchte ich euch zeigen, wie bohre ich ein Loch im Plexiglas. Da habe ich jetzt eine Schale und hier möchte ich jetzt ein Loch rein bohren. Und zwar, ich nehme dafür den XO, weil er nicht zu viel Drehmoment hat, um halt, und halt auch eine hohe Geschwindigkeit, um das zu schmelzen. Also das wird da richtig rein bohren. Und zwar habe ich dann einen Holzbohrer. Das ist eine Sechskantaufnahme. Da auch eine Sechskantaufnahme. Ich setze den hier oben drauf. Der hält dann auch, also ist gar kein Problem, nicht, dass man denkt, der fällt wieder ab, das ist ja magnetisch alles. Ich setze den an. Ganz langsam bohren wir da rein. Das wird ein sauberes Loch. Das ist ein ziemlich dickes Plexiglas hier. Hier beim Zurückziehen ist das halt so, dass man das langsamer machen sollte. Man sollte den Bohrer gehen lassen und nicht Druck ausüben. Jetzt schaut mal. Wirklich einwandfrei sauberes Loch. Das können wir auch hier an der Seite machen. Also mit dem XO ist Modellbau zum Beispiel absolut genial. Dafür würde ich euch auch einen Holzbohrer empfehlen. Da er da rein schreit. Okay, der Akku ist leider leer. Das finde ich super optimal. So, jetzt lassen wir den mal wieder rauskommen. Ohne Vorbauen, ohne alles. Wirklich ein einwandfrei sauberes Loch. Hier haben wir noch eine Kante zwar, aber so. Also mit dem XO kann man wirklich sehr geniale Sachen machen. Und wenn ich ehrlich sein soll, ist ein Must-Heff in jedem Haushalt. Wie ich euch den ja auch vorhin erklärt hatte. Mit dem in der Küche benutzen, Pfeffermiele, Weinflaschen öffnen. Das ist wirklich ein Gerät, wo man sagt, ist eigentlich genauso wichtig wie ein Fernseher heutzutage. Zum Beispiel für die Informationsbeschaffung. Und das ist wirklich etwas, um halt optimal Möbel zu schrauben, zu bohren oder halt wirklich in der Küche zu nutzen. Ja, ich danke euch vielmals und bis zum nächsten Mal bei Wer weiß wie es geht. Peace and out. Peace and out.